Ja, hallo liebe Survival-Freunde, hier gibt es wieder eine neue Runde Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos. Und ja, wir haben schon fleißig weitergebaut und sind jetzt weiter am Sammeln und schauen mal, was uns diese Folge glorreiches Neues bringt. Immer wieder reinschalten, immer wieder abonnieren. Freut uns sehr gut. Oh, ne, kennst du das, wenn man so eine Kanne hat, wo Kaffee drin ist und dann kommt da unten alles rausgelaufen anstatt da, wo es raus sollte? Der ganze Tisch ist voller Kaffee, Leute. Nee, das kenne ich natürlich nicht. Nee. So, hier ist er, den musst du beißen. Den musst du beißen. Oh, scheiße. Du Arsch. Nein, der beißt nicht, verdammt. Ja, klar beißt er, ey. Warte, ich schieße ihn eben ab. Oh, da sind zwei Wölfe, pass auf. Mann, ich treffe nicht. Ja, den habe ich. Hi, 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 hi. Schnell weg. Ja, genau, das ist der richtige, den musst du jagen. Pass auf, hinter dir ist er. Hey, pass auf. Pass auf, was machst du denn da hinter dir? Direkt, Vorsicht, der Wolf. Oh nein, oh Mann. Oh, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Hau ab, du Scheißvieh. Ey, der guckt hier mit dem Kopf, guckt da hier rein, Alter. Brexit. Oh, der lebt aber lange, ey. Das ist ja geil, ich bin ja im Haus aufgewacht. Sehr gut. Ja, ich habe doch ein Bett gebaut, du Knaller. Oh, ich blute. Alter, ich bin fast tot. Was hast du denn für Wölfe mitgebracht, Alter? Nur die nettesten. Ja, ich merke das schon. Die Leiche liegt ja, guck mal an, ey. Das sieht ja geil aus. Sie liegt ja voll im Tünerhaus, ey. Olli, guck mal schnell. Warte, ich muss... Das sieht geil aus. Du musst eben kurz schlachen hier. Die scheiß Kackwolf mal eben wegkommen. Die Leiche verschwindet, warte mal. Bin ich schnell genug, ich hoffe ja mal. Das Foto habe ich noch erwischt, ey. Gott sei Dank, ey. Eine Sekunde später war die Leiche weg. Okay. Ich habe es leider nicht gesehen. Es ist auch leider nicht sehr scharf geworden irgendwie. So schnell konnte die Kamera das nicht scharf zoomen. Aber egal, man kann es trotzdem gut erkennen. Boah, das gibt es doch nicht. Ich bin fast tot. Jawoll. Christian Handy. Ach so, du hast geschickt, ne? Yeah. Lol. Sieht gut aus, ne? Oh shit, ich blute. Warte. Ich muss mich erst mal erholen, Leute. Die zwei Wölfe, die haben mich ja fast totgeprügelt, Alter. So, mal schauen. Wir haben kein Wasser und kein Fund mehr hier drin. Was soll das denn, ey? Ach Leute, ey. Ach guck die Hand durch die Sühnerluke raus, ne? Ja. Da war ich gerade aber rechtzeitig, ey. Unsere Vieh haben nix mehr zu fressen gehabt, ey. Ja, was machst du denn den ganzen Tag hier, Leute? Ja, ich war die ganze Zeit sammeln, ey. Du hättest dich ja auch mal kümmern können, du warst ja die ganze Zeit nicht da, ey. Wie kümmern können? Ich habe hier schon ein Upgrade für den Brun gemacht. Strom Upgrade, damit wir mehr Strom haben. Oh, gut, dass wir fett haben. Wir brauchen nicht ohne den Benzin, doch. Wir müssen, äh, Löwen jagen. Oh, hier ist ja alles leer. Will schnell Feuer nachwerfen. Hast du gar nix gemacht im Haus, sag mal? Neu dir. Sammeltour, du Knallwurr. Sammeltour, Alter. Ich sammle dir gleich mal was, wenn du so weitermachst. Da lieg ich ne halbe Stunde im Bett, ey, und er macht hier überhaupt nicht weiter. Ich glaub das, ne? Ja, das hab ich mir fast schon gedacht, ey. Du. Ja, der Tomaten sind alle reifig, geil. Boah, guck mal unten links. Tomaten, 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 Tomaten. 38 Stück hab ich jetzt schon und da sind immer noch welche. Die müssen wir mal kurz warten, bis die fertig sind. Die hatten gar keinen Dünger, deswegen. Dünger hab ich jetzt hier am Start. Die sind fertig. Mal wieder alles voller Dünger hauen und danach pflanze ich erst, wenn das alles voll ist. Da ist auch wieder Dünger drin. Hast du Tomaten, äh, Samen oder so gefunden? Ne. Kottensamen hab ich einen. Kottensamen einpflanze ich mal wieder. Ja, hier ist alles leer. Kacki. Na hier, ich schmeiß dir hier mal einen Tollbuch dran hin, hab ich für dich mitgemacht. Danke. Du musst auch einsammeln, bevor ich verschwinde. Achso, ja. So, Feuerzeug wieder wegmachen. Die Ölfern brennen wieder. Das sind die Kerne, die pflanze ich gleich. Jo, was brauchen wir noch? Oh, wie zerfetzbar der immer ist, ne? Nee. Ich muss noch einkaufen, gar keinen Bock. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wäsche machen, einkaufen, essen, lernen muss ich noch. Oh, keine Lust. Gar keine Zeit mehr für YouTube, voll ätzend. Das stell ich mal nicht so an, ne? Du musst weitermachen. Videos drehen, du hast genug Zeit, ey. Ja, ist klar. Lalalala. Ich zeig dir mal kurz, wie viel Zeit ich hab. Nee, weh. Du machst schon wieder flachsen. Dreh dich. Du. 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 Okay, äh, Freunde. Ich dreh durch. Oh Gott, das ist auch endlich fertig, Schia. Leute, wir brauchen Premium-Kissen, ey. Wie kann man, kann man die Waffenteile eigentlich auch selber bauen? Ne, ich glaub nicht. Wieso? Das ist ja voll schlecht. Ich muss unbedingt meine Waffe abreden, ey. Haben wir noch Hünderscheiße im Stall? Ne, ne? Oh, selbst mittlerweile bestimmt wieder ein bisschen was. Nicht viel, aber... 20. Du musst dich auch mal ein bisschen kümmern, ey. Das ist, äh... Ja, problematisch mit Strom im Moment hier, wa? Warum? Solatzel brauchen wir langsam, wa? Oh, ich denke, da habe ich überall ein bisschen was reingepackt. Okay. Es wird gleich schon wieder dunkel, ey. Ich fass das nicht. Seile brauchen wir noch. So, dann mach ich das hier nämlich noch. Ein Upgrade, dann haben wir den Brunnen komplett fertig geupgradet. Gut, ne? Ja. Und dann müssen wir echt mal wieder sammeln gehen, weil die Grenzen Ressourcen gehen langsam leer im Haus, weißt du? Ja. Wir haben keine grünen Pflanzen mehr, wir haben kein Benzin mehr. Wir haben keine Tollhut, was soll das denn? Keine Ahnung, du bist doch gestorben. Ja, aber ich hatte eben noch keine Tollhut und ich habe nichts gegessen und gar nichts, ey. Was soll das denn, ey? Ich weiß nicht, was du da immer machst. Jetzt kann ich meinen Trank schon wieder verschwenden hier, ey. Ich muss schon wieder neue Sachen sammeln für den Trank, ey. Mhm. Ich fühle mich so unwohl ohne Trank in der Tasche. Ja, ist das so? Yeah. Du. Mann, fress nicht viel. Die Hühner, ne? Nein. Ja, das ist echt extrem hier, ne? Weißt du, wie ich mein? Ja. Da haben wir auch fünf oder sechs Hühner da drin, ja. Sechs Stück tatsächlich sind da drin, ja. Die machen Premium-Scheiße. Jetzt ist schon wieder Nacht, ich hasse es. Nee, nee, die machen keine Premium-Scheiße, die scheißen einfach nur mehr. Dann geht's. Und sonst erzähl Sonst alles shit, alles im Blut, ne? Bei dir? Ja, muss, ne? Nach der langen Messer läuft Schweineladen halt Ja Kannst laut sagen, du Scheiße, es wird dunkel Ich kann nichts mehr sehen Das ist schlecht Lass mich kurz nachdenken Yeah Fertig Der Brunnen ist auch schon komplett geabgeradet Wunderbar Oh, wir haben sogar schon trinken bekommen Cool Kann man gleich mal Beeren reinstoppen Aber ich hab keine Beeren So, gut Dann haben wir langsam wirklich alle Sachen hier Die man so bauen kann, ne? Im Moment brauchen wir halt noch Strom Sehr viel Das ist leider noch ein Problem im Moment Beeren hätten wir ja eigentlich auch genug Aber wir verfüttern die ja immer an die Viecher Ja Das ist stimmt wohl wahr So, Seile wegverkennen Oh, den haben wir aber erstmal Eine Menge wieder geschafft, Freunde Noch eins und Ding machen Aber in letzter Zeit haben wir viele Ressourcen gebraucht Deswegen ist es hier schon ein bisschen leerer geworden Keine Bretter mehr und nix Ja, ist wirklich wenig, ja Wir haben aber dafür alle Sachen, die man so bauen kann Jetzt, glaube ich Ein paar Bretter habe ich ja gebaut Die wird ja reingemacht Es fehlt nur noch die Solarzelle Theoretisch Und dann haben wir alles so weit gemacht Was man so sinnvoll Eine ist gut Die brauchen wir zehn von Mindestens zehn Wieso? Abgegradet Ja, du hast genug Strom produziert Damit es auch Plus gibt ohne Generator Ja Ja Wo– Jee-jee-jee-jee-jee-je Okay, das sieht gut aus, Freunde Level 9 Hase, okay Komm, die Blätter langsam gewachsen hier Was machst du dir zu essen? Ich mache mir vielleicht Spaghetti Bolognese, mal gucken Äh, diese bleibt halt kalt Batsch, jetzt habe ich auch ein Video aufgenommen, wie die Blätter gewachsen sind Mit Einschlag Oh genau, guck mal zum Fleisch, ob das anbrennt Zap Ups Wir brauchen Fett und so, Benzin Tomaten Ja, ansonsten Ich wollte gerade schon sagen, ey Eben waren da noch 15, Leute Na, 14 Du hast schon eine weggefressen Na, das kann nicht sein Ja, ist klar Ich sehe das da auch, du Lämme Was, der hat eine Tomate da rausgenommen? Habe ich gleich drei rausgenommen Als Strafe Ja, genau das habe ich mir auch gedacht Du Habe ich schon Schuhe an hier, der Typ Da ist das hier Sonnenwende oder wie er heißt, ne? Ja, du hast doch keine Schuhe Doch, doch, aber hier liegen ja überall welche noch mit barfuß Da liegen überall noch welche mit barfuß Du Ey, du Ja, komm schon Komm her, komm, 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 komm Was ist das denn, Alter? Er guckt mir das Chaos an, er wird immer mehr zum Detlef hier, ey Ey, du So Ah, so, die Sonne geht auf Wollen wir da auch mal eben schnell die Berglöwentour machen, oder was? Ja, können wir gleich, ja Ich muss ja eigentlich erstmal ein paar Pfeile haben eigentlich Okay, dann rissen wir uns eben aus Und dann geht es gleich los, Freunde, ich bin schon richtig aufgeregt, Mr. Chaos sowieso Gibt Chicken Zwei nehme ich mal mit Äh, so, Gemüse haben wir, ne? Jo Ich nehme auch mal zwei mit Pfeile, check, check, check Äh, jo, Wasser, Gemüse, alles dabei So, dann geht es los, warte, das Licht müssen wir noch ausmachen Pfeile habe ich gar nicht, äh Dann mach dir eben schnell welche Ja, wovon denn? Ich habe keine Federn Äh, weh Dann holen wir die halt unterwegs, dann nimm Nägel mit und Stöcker, ne? Äh Heute mal brennen die Öfen, dann ist ja genug Sprit drin, ne? Ich hoffe Äh, ne, hier schon mal nicht Mal ein bisschen wieder auf Tour gehen können Der geht schon fast wieder aus, der auch, ey, Leute Wir brauchen Halt Ja, oder Briketts, viel mehr Naja, Briketts liegen hier ja noch Mach mal welche rein, ich habe in den rechten Ofen habe ich da reingeschmissen Ja, wunderbar Äh Mach Platz, ne Mops Möbel Äh Okay, ich mach mich auf die Sacken Ja, ich komm mit Tiere und so, die Franken bestimmt werden wir wieder kommen, aber was soll's, wir müssen ja auch mal los, man Können ja nicht die ganze Zeit im Haus sein Weißt du wie ich mein? Möh Müsst ja auch neue Hühner schießen und so Ah, ich kann mir ein großes Huhn schießen, das läuft vor mir Du, Lust an dir ist mehr dran als an mir Das halte ich für ein Geräusch Wer wiegt denn hier 135 Kilo Ich weiß nicht, spielt der Sci-Fi eigentlich noch mit Sonst reißt mir den seinen Gerüte da mal ab Das war dein Bär, das waren wir nicht An dir ist die Kiste gelootet und so Bist müde? Ja, so ein bisschen ja, kaputt Wie lange machen wir denn heute noch? Bis 12 oder was? Ja, spätestens Lala Ich muss noch einmal durch, ich muss noch einmal saugen Du musst saugen, lass das jetzt die Frau machen Ich hab doch gestern den Tannenbaum rausgeschleppt und Ja, nach zwei Wochen, wo er hier gestanden hat, fängt er natürlich irgendwann mal an zu nadeln Zumindest wenn er irgendwo hängen bleibt Ja? Ja Ja, hochgetragen haben wir ihm ja im Netz, ne? Mhm So Ich hab aber meine Hand noch schnell mit reingehalten, aber Du Ja Wo ist eigentlich mein Ding? Ach, da ist mein Spitzhack jetzt Ich dachte schon Das sieht auch aus wie du da hockst eigentlich Ja, ich mach hier nix was Ja Damit wir immer wieder ein bisschen zu was kommen Du kommst mir ja immer zuvor So So, da hinten kommt gleich der Tiger Hier gibt's gar keine Hühner, oder? Ja, irgendwie wenig, ne? Mhm Wo ist der Puma hier? Muss der irgendwo hier sein? Also ich hab einen Hungen gefahren Sehr gut Ja, wenn's lebt, dann warte, warte bis wegen Stall, weißt du? Wir bauen noch mal ein paar Stall hier noch Ja, ich glaub das Das schaffen wir aber nicht Nee Wenn wir jetzt den Berglöwen, so lange überlebt das nicht, dann muss ich jetzt sofort zurücklaufen Da ist der Berglöwe, ich hab ihn Ich krieg gleich direkt ein bisschen gehör nach Ich bin im Schnee schon Im Schnee schon? Ah Ah Alter, gehörst du auch hin Ich seh dich schon Der bewegt sich nicht, voll geil Ja, sehr gut Im letzten Nahenschutz hab ich ihm gegeben Ja, tatsächlich, der hing fest oder so, voll cool Ja, das ist was ich mein, bei meiner Plattform die ganze Zeit Was für ne Plattform? Da brauchst du nur einmal treffen Bei meinem Achso, bei deinem Singleplayer, ne? Ja Da brauch ich mich immer, wenn ich den einmal abgeschossen hab, dann stellt er sich immer so hin Dann kannst du immer ganz ruhig abschießen, eigentlich, total geil Okay, vielleicht können wir hier ja auch mal ne Plattform bauen, wo wir immer rauf gehen können, weißt du? Oder wie? Aber nur an einer bestimmten Stelle funktioniert, ich weiß nicht, ob das allgemein so funktioniert Achso Vielleicht sollten wir das in den Videos auch nicht allzu sehr erwähnen Oh, jetzt sehe ich fast von der Richtung Und weiter geht's, nächster Bergläufe, Freunde, wir brauchen ja auch Fett Nee Fett für die Rippen Ich bin einmal den Berg so hoch gelaufen, dass es minus 12 Grad war Minus 12 Grad? Und das ist aber viel, ne? Ja, ich hab auch festgestellt, dass der Junge sehr schnell friert Bist du gestorben, oder was? Nee, bin schnell wieder runter gesprungen Und dann gestorben Hahahaha Hart aufgeschlagen Ja, ja, ich hab die kleine Welle als nur ganz kleine Welle gesehen Oh, irgendwo muss er sein Hören tue ich ihn schon Was, echt? Ja, da ist er doch Hä? Ich höre, ich höre nichts Ach da, okay, jetzt sehe ich ihn ja Äh, wo ist denn hier ein Stein, wo wir hoch können, Leute? Wir müssen ja erstmal ne Plattform suchen Ich hab keine Ahnung, ich hab mich schon, ich hab mich schon mal geholt Möwee! Oh, hier ist ein Dings, äh, Kotensagen Wo bist du denn? Ah, da hinten Ja, du lauf da mal unten lang Pass auf, das ist ein Wolf Oh, nein Du hast ja mehrere Tiere hinter dir Halt, es läuft zurück Halt, da ist er doch Mann, echt trefflich Oh, nein Jetzt musst du aber was tun hier Ich hau ab Ich hab den Wolf, hab ich Na toll Das war die falsche Wahl Ja, leider hat es alles getan Wo bist du denn? Du bist ja hinter mir jetzt gelaufen Ja, ich muss abhauen, das nützt nichts Der hat mich zweimal gebissen, sonst bin ich gleich tot Oh, man braucht eigentlich Handgranaten hier für dich halt sicher, ey Das gibt's doch nicht Mann, lad doch nach Na, endlich Es ist ja ewig gedauert Komm mal wieder zurück Wo ist Kreislaufen Ich kann doch nicht Ich hab, musste den Wolf mal hier töten hier Ah, nimm Hier mit dem Fleisch Oh, ein Fett, das hat sich hier überhaupt nicht gelohnt Erstmal was essen hier, ah Leute, guckt euch das an Nicht zu weit oben, oder wo? Ich weiß nicht, wo du schon wieder hingelaufen bist Oh, hier ist ein Pfeil Na, irgendwo ein Pfeil, hm? Bist du Richtung Haus, oder wohin? Ne, hier oben, ich seh dich Ach, da Da vorne ist der Bergläufe, du läufst genau hinzu Hä? Ich seh ihn, ne Hier ist er, ah, da Scheiße Scheiße Äh, wo gehen wir, wo ist denn hier ein Stein? Wo ist denn hier ein Stein? Hier ist ein Stein Oh, der kommt ja hoch! Aua! Er ist da hochgeflogen, Alter, äh Er ist da hochgeflogen, Alter, äh Helft doch mal! Mann, das gibt's doch nicht, der trifft mich auch noch Ja, da muss ich mich gerade selber mal eben retten, ey Wo läufst du denn ganz hin mit dem? Na, hier auf den Stein Oh Mann, ey, das ist echt ne scheiße Ecke, man trifft den mal schlecht Scheiße Oh Oh Scheiße Oh Nur so ein bisschen aufpassen, die Pfeile gehen alle kaputt, weil ihr die auf dem Felsen steht Ja, genau, das sehe ich auch gerade, deswegen gehe ich gerade nach rechts bei darüber Ey, von 30 Pfeilen, ich habe nur noch zwei Scheiße Ich hätte gar nicht, ich wusste gar nicht, dass da die Pfeile dadurch kaputt gehen, weißt du? Ja So, aber du musst schießen, ich habe keine Pfeile mehr Schieß den ab! Das sieht voll gut aus, Leute, Spur Geh doch richtig da ran, der tut ja nix Boah, der Schwede ist ja wild, ey Ja, Mann Hau ihn mit der Axt von hinten Der ist ja nur auf mich konzentriert, hau ihn doch mit der Axt Los, haf, herz ihn schnell, bevor der hier hochkommt, Alter Der trifft doch nicht mal, du Knaller Na, was ist denn da? Alter Schwede, voll, endlich mal nach 100 Schlägen einmal im Rücken, ey Mewe Jetzt habe ich wieder keine Pfeile, das ist doch nicht normal, ich hatte so viele Pfeile Die gehen ja wirklich alle kaputt, ne? Wenn man hier, äh, auf den Stein schießt Ich hatte mich schon gewundert, und das... Das ist doch logisch, das sind Holzpfeile, was willst du erwarten? Ja, aber dass das Spiel doch so merkt, das habe ich echt nicht gedacht, Leute Für mich ist das neu, ich finde es richtig cool eigentlich Okay, zum nächsten oder was? Hast du ihn? Ja, ne? Ja, welche Pfeile haben wir denn noch? Ich habe jetzt, äh, wo sind meine Pfeile geblieben? Vier Stück, lol Wir brauchen einen Hühner, Mann Da ist schon eins, los, schieß es schnell Sehr gut So, weiter geht's Jeeeh Jeeeh Das wird bald schon wieder Nacht, ey, wir müssen uns beeilen Ja Hat ja auch grad gedenkt Ich denke, dass ich dachte Er muss ja irgendwo hier drüben sein Einen Hase 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 brauche ich nicht Hasen haben wir genug Ja, die ganze Kiste ist voll Leder haben wir auch genug Ja Hühnchen, ich sehe da ein dickes, was vor mir läuft Mähwäh Ich bin ja ein Hase Da, da vorne ist ein Hühnchen, da, da muss nach links laufen Toll, oh, jetzt hat er abgebrochen, du Arsch Mähwäh Ehh, du Dann stellt er sich davor, Leute, und dann geht das Ding auf einmal weg, das Menü Ist voll gemein Ist echt ein guter Trick, um einen da auszutricksen, Leute Oh, ich höre irgendwas hier Hä, wo ist er denn? Oh, da ist er immer Scheiße Die Kiste ist meine Juhu Ja, warte mal Geh weg mit dem Vieh Nein, dafür bringe ich dir auch was mit Ich hole gleich den Tiger, du Warte, warte, warte Komm, halt mal kurz an Du, wo ist der blöde Puma denn schon wieder, da ist er Er ist weg Ah, da links ist er, guck an Ich glaub, der Berg ist jetzt ein bisschen klein, ne? Ja, der ist zu klein, da kommt das Schwein hoch Ja, ich hab dir was mitgebracht Scheiße, der schleicht sich an, Alter Formisiert er mich, ne? Ja, er hat dich wieder, hehehe Okay, wo ist der Puma jetzt? Oh, das gibt's doch gar nicht, wie kann der mit dem Beißen, ey? Ich lauf doch schon weg Oh, was ist das denn? Oh nein, ich bin gestorben, der ist da rüber geflogen, Alter Über den Stein weg Oh, der frisst mich auch Scheiße, man Jetzt muss ich mal beheilen, das wird gleich nachkommen Ey, der hat einfach einen Sprung gemacht über den Stein hinaus und direkt auf den Viech rauf Ey, das gibt's doch nicht Ist der direkt auf dich rauf gesprungen, Alter Kannst du nicht alle meine Sachen nehmen? Dann brauche ich da nicht nochmal hin, ey Ja, ich glaube, nee Ja, wieso hast du keinen Platz mehr, oder was? Scheiße Nee Ja, sonst würde ich nämlich hier bleiben mich ein bisschen um die Viecher hier kümmern, ey Oh mein Gott, ich kotze gleich So, muss der Schredder nochmal Du hast ja bestimmt auch dein Inventar komplett voll gehabt, oder nicht? Na, so viel hatte ich nicht Wir müssen was essen, wieder ein bisschen stärken, ne? Na, ne, ich hab aber nur noch drei, oder vier freie Slots Achso, okay Du hast bestimmt mehr als zehn Sachen gehabt, oder nicht? Strom, okay Ja, weiß ich nicht, komm schon Du solltest, du solltest zusehen, ne? Ja, ich bin dabei Du weißt, wer das ist Aber das ist mega weit weg, Alter Tja Das ist eben halt der Nachteil an dem Respawn, ne? Ja Ich kann auch deine Kiste gar nicht sehen, hier Ich weiß gar nicht, wo du lief hier Ich versuch mal hinzukommen Du standst doch hier auf diesem komischen Felsen Wo ist denn deine Kiste hier? Ich seh die gar nicht Ah, ich bin gleich da Hoff ich Oh nein, der Wolf hat mich wieder Hast du den Löwen denn schon tot? Nee Na, dann mach den doch weg, sonst frisst der mich ja gleich wieder, Alter Ich hab den noch gar nicht gesehen Also, hat der sich der Löwe gefressen, oder? Ja klar, Mann, ich bin da runtergeflogen von dem Stein Und da unter war der Löwe Und der hat mich direkt zerfetzt Also, ich bin direkt in den Maul reingefallen, Alter Ach, da ist er Ja, jetzt hab ich ihn auch gerade gesehen Sowas blödes hab ich noch nicht gehabt Der hat einfach einen richtigen Satz nach vorne gemacht, mein Typ, ey Ohne Scheiß Der Wolf ist auch irgendwie ein bisschen heftig Der kommt die ganze Zeit hinterher, ey Ja Der ist ja immer noch, ey, das gibt's ja überall Ne, ne, ich lauf jetzt nur direkt zur Leiche Ich sammle gar nichts mehr ein Der solltest du auch nicht, das weißt du doch Mhm Oh, Mann, ey Da ist noch ein Wolf und noch ein Wolf, Alter Wie schwede, was ist hier los, ey? Schieb die mal von meiner Leiche weg, Alter Ich muss da rankommen Ey, da bin ich Ich hab ne ganze Armada-Wölfe hinter mir, ey Runter geflogen, Bein gebrochen Und dann der Puma Einbis tot Und dann siehst du nur noch das Blut durch seinen Maul fliegen, Alter Voll heftig Die Karte ist viel zu groß für die Zeit der Leiche, weißt du wie ich meine? Ja Das müssen die Entwickler nochmal ein bisschen versuchen zu verstehen Bis man da ist, die Leiche weg, ey. Das ist die Schwaste. Oh mein, das ist besser, ey. Die gibt überhaupt nicht auf, diese dämliche Wolfe. Mir weh. Also, gib meine Austausch runter, ich bin doch satt. Ey, was will der denn? Ja, mir geht's doch gut. Merkwürdig. Ah, ist das weit. Ich kotze. Ich bin zwar im Bett angefangen, ne, aber trotzdem. Ist ja ultra weit weg. Ah, ein Wolf, ey, ich glaub das nicht. Tausend Viecher hier. Hallo, wir spielen auf Easy, Mann. Was soll das? Wir spielen auf Easy schwer. Oh, jetzt hat er mich. Da ist der Puma, der läuft den Schneeberg hoch. Ist der noch hinterher? Ist doch komisches Vieh, ey. Mann, lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier, Drecksviecher. Hier laufen überall tausend Hunde rum. Ja, ich weiß. Ich kann mich nicht mal mehr anziehen, ey. Können wir gleich mal zerfetzen. Dann mach ich mir eine neue Bandage dran. So. Oh. Oh, noch einer, ey. Das ist ja nicht normal. Ich hab sie beide hinter mir. Wolf und Hund. Echt? Nee. Okay. Äh. Du warst da, ne? Du warst da. Der kommt dahin. Die Axe kommt dahin. Zap, zub, zabeldi, zip, zap, zub. So, korrekt, jo. Hopp. Ich bin nochmal weggekommen. Der Hund, der läuft mir immer noch hinterher, ey. Während der Berglöwe schon aufgegeben hat, läuft der Hund. Schwachsinn, ey. Haha. Hier sind zu viele Hunde. Eiskalt. Ich komm hier gar nicht raus zur Hundegegend. So, wo ist Löwe jetzt? Löwi? Da. Ich seh dich. Ich bin hinter dir. Pass auf, da ist ein Wolf. Ja, da. Kommst du? Ja, wo ist denn der? Wo bist du? Ja, beim Schneeberg hier oben. Ich guck mal eben kurz. Irgendwo hier oben war doch diese blöde Panther da. Hier. Pass auf, da ist noch ein Wolf vor dir. Genau da bin ich, wo ich du jetzt hinläufst. Der lief hier hoch. Irgendwo hier hoch. Da ist noch ein Wolf. Pass auf. Ey, der ist da unten. Der, äh. Puma? Wo ist der denn? Ich hab den auch mit nach unten gelockt. Ach so. Ich hätte schwimmen können, der ist hier hochgelaufen. Naja. Aber da ist auch der blöde Wolf schon wieder im Weg, ne? Hier gibt's hier. Drei, vier Wölfe sind hier, weißt du? Voll zu übertrieben. Jep, 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 jep. Oh, wir spielen schon viel zu lange, Leute. Wir müssen eine neue Folge machen. Möwe. Oh, da wollen wir den Panther nochmal eben machen und dann, äh, ja. Wo bist du denn? Oh. Hier irgendwo beim Löwen, der kommt hier. Hast du ihn mitgebracht, den Löwen? Nee. Oh, du hast ja auch einen Wolf hinter dir. Wir müssen ja irgendwo hoch. Dann macht er hier einen Satz drüber, Alter. Direkt tot. Ja, Treffer. Äh, wieso läuft der da jetzt hinten? Ah, ich hab grad mal. Hast du auch gedacht, der kommt hinten rum, ne? Gibt's ja gar nicht so was. Mann, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das ist ja echt beschissen hier. Drecksvieh. Oh, hier kommt's jetzt fast hochgekommen, ey. Hallo? Ich hab keine Munition mehr, was soll ich machen? Oh. Hast du noch genug Pfeile, oder was? Ah, no. Ja, dann warte ich jetzt erstmal, bis du... Oh, scheiß Bremen, vielleicht gammelt er. Mann! Nur weil ich gestorben bin. Lalalala. Lalalala. Löwen hab ich. Gut. Ist er auf dich wild oder auf mich, dir komische Wolf? Auf mich, okay. Ah, sehr gut. Schnell nach unten. Was liegt hier für ne Kiste, Alter? Wo sind die Tiere hin? Ah, da unten. Gammelfleisch hast du da. Maybe. Prost. So, jetzt auch nach Hause, es wird dunkel. Ja, das stimmt. Wir müssen sehen, dass wir jetzt noch nach Hause kommen. Es wird dunkel. Äh, dann sollten wir auch Richtung nach Hause laufen. Leute. Ist doch hier, oder ne? Ja, links rum da hinten. Haben wir keine Hühner mehr? Verdammt. Jetzt haben wir so lange gebraucht, da sind nix die Berglöse mit dem Ausstand da. Ja, aber unsere Tiere zu Hause, die haben ja nix mehr jetzt, weißt du? Wir brauchen noch keine Tomaten gefunden, keine Riegel gefunden, nix, nein. Eben. Falls schlecht. Ja, bei mir auch. Gestorben und so, das lag zu lange in der Erde. So, jetzt ist der scheiß Weg wieder zurück. Ja, ich würd sagen, wir laufen zurück und du sagst Tschüss, wa? Ja, liebe Leute, das war's mal wieder mit einer neuen Runde Subsistence mit der LP-Schmiede und dem Mr. Chaos. Jetzt, wo hier überall Kisten liegen, kommt der Wolf wieder angelaufen. So, bis dann. Tschüss Tschüss.